Unsere Ventilatoren FIN und FIN Mobile bieten die perfekte Lösung für heiße Sommertage. Gespannt, was dich in der Box erwartet? Dann los! Sobald du alles ausgepackt hast, benötigst du nur noch einen Schraubenzieher. Dann kannst du mit der Montage von FIN oder FIN Mobile beginnen. Entferne zuerst die Sicherungsmutter und den Drehknopf zur Befestigung des Ventilatorenflügels vom Motorgehäuse. Stecke das Schutzgitter auf das Motorgehäuse und schraube die Sicherungsmutter wieder an das Gehäuse, um das Schutzgitter zu fixieren. Füge den Ventilatorkopf auf das Motorgehäuse und fixiere ihn mit dem Drehknopf zur Befestigung. Ziehe den Drehknopf fest, um den Ventilatorflügel zu sichern. Stecke die Vorderseite des Schutzgitters auf die Rückseite des Schutzgitters und drehe die Gitter im Uhrzeigersinn, bis sie einrasten. Die Gitter sind korrekt montiert, wenn die Löcher für die Sicherheitsschraube unten sind und übereinstimmen. Befestige die zwei Schutzgitter mit der Sicherheitsschraube. Stecke nun zuerst die Verbindungsstange auf den Fuß, bis sie hörbar einrastet und zum Schluss den zusammengebauten Ventilatorkopf auf die Verbindungsstange. Übrigens, wenn du die Verbindungsstange weglässt, kannst du FIN oder FIN Mobile auch als Boden- oder Tischventilator nutzen. Bei allen Stadler Form Produkten profitierst du von einem ganzheitlichen Support mit der Sicherheit einer 24-monatigen Garantie. Unser Support steht dir jederzeit zur Verfügung, um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Gerät herausholst. Und sollte dir dein Gerät mal Sorgen bereiten, kümmert sich unser Team schnell und kompetent. Untertitelung des ZDF, 2020